Guten Tag meine Damen und Herren, herzlichen Dank für die Nominierung zur Cold Water Challenge hier an meinem Waschplatz des THP-Baumeisterbetriebs in Olching. Nun wird es gleich losgehen, ich meine es ist aber erst muss ich mich überlegen, was mache ich, was tue ich. Ich bin ein klein wenig später, denn ich habe erst gestern Abend erfahren beim Training in Landshut, dass ich nominiert worden bin, aber ich habe natürlich sofort die Zeit genutzt, mich auf mein Torwart hier drauf gesetzt, wir haben die Motorräder heute gewaschen vom Training gestern in Landshut und nun geht es los, aber erstmal muss ich sagen, ich nominiere meinen Fahrradkollegen oder meinen Motorsportkollegen aus der EDM Superbike, Markus Reiterberger, als nächsten Punkt möchte ich auch nominieren meinen Fahrradkollegen des AC Landshuts, Christian Hevenbrock, der hat bestimmt was Gutes auf Lager und als dritte Person nehme ich natürlich meinen guten alten Freund oder wie soll ich sagen, unseren Vorstand des AC Landshuts, unser Freund Gerald Zimbeck. Nachdem es soweit ist, ihr habt jetzt 48 Stunden Zeit oder vielleicht drücke ich ein Auge zu, auch ein bisschen länger, wenn es Zeit ja nicht ganz möglich ist, aber nun viel Spaß, Motor, let's get running, ich meine wir haben hier ein kleines C-Rohr oder D-Rohr, wie das auch heißt, und jetzt wird es interessant, aber als Vorstellung, let's get go, cool, motor, ten, here we go! Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Hahahaha